Herzlich willkommen bei der AHEAD-Gruppe. Heute ist ein gesetzlicher Feiertag in Lichtenstein und unser Büro ist daher nicht besetzt. Sehr gerne stehen wir Ihnen an normalen Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung und freuen uns dann über Ihren Anruf. Welcome to the AHEAD-Gruppe. Today is a public holiday in Lichtenstein and our office is not currently staffed. Our office hours on normal working days are from 8 a.m. to 6 p.m. Mondays to Fridays. Please ring again. We look forward to receiving your call. Vielen Dank.